Da haben die Japaner eine Kalkulation auf die Umgegeben der Zeit zu stehen. Hat er ein Handywerk und Taschenrechter? Ja, warte. Gut, ich komme dann nachher wieder. Euch noch viel Spaß. Ja, danke. Ich muss mich kurz zu Hause sehen lassen. Wir mussten jetzt ein paar Teile. Teile ist 100%. Genau, nicht 100. Ja, aber das ist ein 24. Ja, ein 24 ist die 100. Ja, das ist die 100. Das ist der 60. Das ist 84. 84. 84.